Hast du Bernd Ackermann gehört? Es war irgendwie unheimlich, als wenn Miles Davis tatsächlich selber nah gewesen ist. Blasphemie, blasphemie. Miles away, würde ich sagen. Meine Herren, seid ihr alle da? Tatsächlich. Erschauerlich. Jedenfalls ist er auch gar nicht da. Das Unkel sitzt heute so tief, man sieht es kaum. Könnt ihr das Unkel sehen? Das ist gut. Das war eine Aerobikübung wieder mal. Ich schwitze ja jetzt schon auf der Uwelle, ich bin ekelhaft. Fang an, ich kann das nicht so machen. Habe ich mal eine halbe Stunde mit ihm gemacht. Unser Stadion ist gefüllt bis auf den allerlösten Platz. Und wenn wir heut verlieren, war die ganze Saison für die Katz. Der Schiedsrichter pfeift an und der Ball ist im Spiel, ich laufe los. Ich gehe auf den Kopf, auf den Bauch und dann endlich auf den Fuß. Ich gebe den Ball zurück, doch unser Torwart hat kein Glück, der Ball getreit. Die Gegendmannschaft ruft den Chor, hurra, ein Eigentor, wo muss das sein? Die schaut zu unserem Trainer rüber, doch der schaut weg. Ein Wunder, das kann doch jedermal passieren, hey, ich hatte eben Peck. Ein Schulgego, ein Schulgego. Das war mein allererstes Tor in diesem Saisonverlauf. Doch bei unseren Fans kommt keine rechte Freude aus. Unser Mittelstürmer stirbt durch die Mitte und die Stürme mit. Ja, und da kommt noch unser Torwart. Jetzt sind wir schon zu dritt. Wir kommen an der gegnerischen Abwehr einfach nicht vorbei. Und ich gebe den Ball zurück, 0 zu 2. Ich wollte eigentlich in der nächsten Saison zu Werder Bremen. Doch nach diesem Spiel hier werden mich wohl nur noch die Fortunen nehmen. Und ich gebe den Ball zurück, Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Musik Musik Entschuldigung Entschuldigung Dankeschön Entschuldigung